Sie hören eine Botschaft des Tippspiel-Siegers Alex Bedranovski. Für den Inhalt und die Gestaltung ist Herr Bedranovski selbst verantwortlich. Die Spotfight Smackdown Review ist zur Ausstrahlung dieser Botschaft gesetzlich verpflichtet. Als großer Sieger des All-Out-Tippspiels in Klammern und zukünftiger Sommerquiz-König ist es meine riesige Freude, dass diese Großbotschaft von Herrn Flöter in der Smackdown Review vorgelesen werden muss. Warum in dieser Review und nicht in einer anderen? Nun, Herr Flöter behauptete neulich, dies sei die A-Show. Das mag zwar im klitzekleinen WWE-Universum so sein, doch blickt man auf die komplette Wrestling-Landscape, so gibt es nur eine A-Show, Doppelpunkt A-E-W-DÜ-NOW-MIT-A. Dies ist auch der Grund, warum ich bei Spotfight am liebsten die AW-Reviews höre. Von Team TJT. TJT? Schließlich höre ich mich selbst gerne reden, doch noch viel lieber höre ich, wie Herr Flöter meine Worte vorliest. Auch wenn er bei seinen eigenen Wrestling-Shows viel zu viele Worker bookt, so ist er dennoch jemand, dem ich einen beachtlichen Wrestling-Fachverstand nicht absprechen kann. Deswegen ist er als Podcaster schon ganz okay. Aber wieso betreibt er false Advertising? Erst behauptet er, dass er bei 300 Likes singt, doch dann hält er sein Versprechen nicht. Was ist da los? Hat ihm die Sonne in Acapulco schon so sehr das Hirn zerbrannt? Nicht nur ich, sondern auch all die treuen Hörer des Spotfight-Podcasts wollen ihn endlich singen hören. Und auch sein stets positiver, energieversprühende Podcast-Kollege Marcel will das. Jenen möchte ich hiermit freundlich darum bitten, beim Finale des Sommerquizes reichlich Fragen über WWF in den 90er Jahren zu stellen. Denn solche Fragen lieben unsere Zuhörer am meisten. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen und möchte abschließend noch die Zuhörer dieser Review darum bitten, den beiden einen Daumen nach oben darzulassen. Alexander Petranowski, zukünftiger König Petranowski. Sie hörten eine Botschaft des Tippspiel-Siegers Alex Petranowski. Für den Inhalt und die Gestaltung ist der Petranowski selbst verantwortlich. Die Spotfight Smackdown Review ist der Ausstrahlung dieser Botschaft gesetzlich verpflichtet. Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Super Smackdown! WWE bedient sich heute ausnahmsweise. Dem Methoden von AEW ruft eine Super-Special-Episode aus und wird liefern. So zumindest der Plan und unsere Erwartungshaltung, als wir kurz vor 2 Uhr endlich den Stream eingeschaltet haben. Vielleicht auch die Erwartungshaltung der Wrestling-Bubble. Das wiederum scheint den Marktführer aber nur bedingt zu interessieren. Oder vielleicht doch? Ja, Zeiten ändern sich gerade. WWE-Talent dominiert inzwischen auch woanders. Ist das ein Masterplan von Vince? Oder gibt es doch schon Panikattacken im Office? Wir wissen es nicht genau. Können aber jetzt skizzieren, wie die Reaktion letzte Nacht aus dem Madison Square Garden aussahen. Aber die Superstars von Super Smackdown sind zumindest nicht nur auf YouTube zu sehen, wenngleich das eine fantastische Plattform ist. Zumindest dann, wenn man einen kompetenten Gesprächspartner hat. Gott sei Dank hat Marcel diesen in mir gefunden und spricht jetzt mit mir in dieser Review über die blaue A-Show. Und los geht's. Hallo Marcel. Hallo, stets positive, energieversprühender Podcast-Kollege. Ich sag nur, Super Smackdown. Ey, ich hab das die ganze Nacht gemacht. Wir haben unseren Stream wieder gemacht. Smackdown. Super Smackdown. Ich kann es immer noch. Ich bin ein wenig heiser. Aber Super Smackdown kriege ich immer noch hin. Ah, ja, hallo, liebe Zuhörerschaft. Hallo, lieber Herr Flöter. Ich freu mich. Es war eine Top-Folge Smackdown. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich freu mich, dass ich jetzt mit dir hier reviewen kann. Und diese lieben Worte von dem Kollegen Bedranovski, die gehen natürlich auch runter wie Öl. Ich weiß gar nicht, von was du gerade sprichst. Ich war da nicht dabei. Ich habe eine Wrestling-Sendung geguckt. Eine Bro-Wrestling-Sendung. Vielleicht war ein bisschen Entertainment auch dabei, aber hauptsächlich war es Wrestling. Es war Super Smackdown aus dem Madison Square Garden. Ja, das ist ein Heimspiel. Das ist eigentlich ein Heimspiel für WWE. Und man kann ja sagen, das können wir ja mal so ein bisschen vorwegnehmen. Wenn Worker oder Wrestler im Madison Square Garden Reaktionen bekommen, dann sind sie over. Wenn nicht, sind sie auch ganz schnell weg vom Fenster. Das war in der Vergangenheit so und das war heute nicht anders. Also wir bekommen hier eine ganz besondere Show. Es ist deswegen auch als Super Smackdown gebrandet worden. Allerdings muss in der letzten Woche, diese Woche hat man das irgendwie schon wieder vergessen gehabt. Was war denn da los? Ja, schwierig. Also die haben letzte Woche einmal Super Smackdown angekündigt und dann in der nächsten Einspielung das auch schon wieder vergessen. Jetzt haben sie es aber auch schon groß. Also es ist ein Ticketverkauf und um uns zu hypen, haben sie es schon genutzt. Und aber mit Beginn der Show, ich glaube, ich weiß nicht, ob es überhaupt einmal erwähnt wurde. Vielleicht ist es aber nur verpasst, aber es spielt zumindest komplett keine Rolle. Aber für mich ist und bleibt es Super Smackdown und ich kann es nach wie vor immer noch gerne sagen, Super Smackdown. Wen das nervt, der kann ja leiser stellen, die Kopfhörer oder so. Sehr vorsichtig, sehr vorsichtig. Ja, ich mache es nicht mehr so oft. Es ist okay, wir haben das Stream gemacht, das muss reichen. Ja, aber es war, also Madison Square Garden, das ist natürlich ein mega Name. Das ist das Home of WWE, wenn man so will. Bis vor kurzem, als dann auch andere Promotions Einzug hielten, da war dann die WWE ein wenig sauer und kam dann auch nicht mehr. Und es ist ja auch teuer, wenn man da macht. Aber jetzt, also die seltenen Shows im Madison Square Garden und es hat sich wirklich gelohnt. Also man hat wirklich gemerkt, dass diese Arena was Besonderes ist und die Crowd, die war auch da. Und das haben eigentlich normalerweise unsere Kollegen, wo auch dieser komische Alex Dingens daherkommt, die kennen das ja mit einer hotten Crowd und jetzt haben wir heute auch mal die Genuss gehabt. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ja, absolut. Und wer nicht weiß, was der Madison Square Garden ist, ist es eine Halle. Und diese Halle steht bekanntlich in New York, baby. Und New York, ja, das ist bekanntlich die Stadt, wo vor 20 Jahren ein paar Sachen passiert sind, die nicht so schön waren. Ihr wisst alle, von was wir reden. 9-11 ist natürlich auch der Aufhänger. Wir sind einen Tag vor 9-11 in den Starten gewesen. Das ist quasi 10-11. Ja, stimmt gar nicht. Es ist nämlich 9-10. 9-10. So, aber das ist auch geklebt. Das haben wir vorhin schon verkackt im Stream. Ist nicht so schlimm. Das war doch ein Witz. Jetzt habe ich ihn gemacht. Aber wir starten, und das will ich sagen, und damit gehen wir in die Review rein, mein Lieber, mit einem, ja, Video darüber, wo man dann nochmal ein bisschen so die USA-geschwängerte Stimmung aufbauen möchte. Es ist ja auch in Ordnung. Es ist der 20. Jahrestag, natürlich. USA, USA, USA. Die redet weiter, USA. Natürlich hat man den 20. Jahrestag hier nicht vergessen. Und das macht man vor allen Dingen auch deswegen, weil es auf dem Network bald eine Doku darüber geben würde, wie die WWE damit damals umgegangen ist. Bin ich sehr gespannt, was das wird. Da gab es einen kleinen Trailer zu sehen dafür. Ja, das ist so der Grund gewesen. Und der Aufhänger. Und wir gehen mit USA-Chants in die Halle. Und dann haben wir eigentlich alle gedacht, okay, jetzt mal gucken, mit was sie starten. Es blieb erst mal ruhig in der Halle. Also es gab die USA-Chants. Die waren zu hören, gar keine Frage. Alle haben gedacht, jetzt kommt gleich irgendein großer Theme. Und dann geht es los. Das war nicht so. Denn man schaltet zu den Kommentatoren. Denn es gibt ein großes Comeback. Ja, Patbeck Affi ist wieder da. Ja, cool. Ich liebe diesen Mann. Patbeck Affi, der gibt, also mir gibt der was. Ich liebe einfach die Kommentare. Das sehen andere aber auch anders. Das verstehe ich dann auch. Weil er doch sehr oft gedreht ist. Und naja, gut. Ja, es ist natürlich auch nicht so gänzlich falsch. Ja, zu sagen, okay, wir starten nicht mit einem Spaß-Segment nach 9-11-Trailer. Das ist vielleicht dann auch richtig. Und dann kann man da auch einen gewissen Bruch machen. Und dann startet man am Ende doch richtig in die Show. Denn die Bloodline, Roman Reigns, die Usos und Paul Heyman kommen raus. Das dauert natürlich wieder so ein bisschen. Aber interessant fand ich die Reaktion im Madison Square Garden. Denn der gute Roman Reigns, der wird gefeiert. Da war ja mal richtig Stimmung in der Bude. Das hatte ich so nicht erwartet. Man acknowledgt ihm sogar. Also er nimmt das Mikrofon und sagt dann auch, Madison Square Garden, jetzt erkennt mich endlich an. Und der Garn feiert unseren Heel-Champion. Was ist denn hier los gewesen, Marcel? Ich habe den schon ewig anerkannt. Also du ja eigentlich nicht. Also ich mache das ja ständig. Also ich würde ja von dem Tribal Chief nicht irgendwas abbekommen. Nee. Der Garn, der feiert es natürlich. Auch, dass man sagen kann, der Garden, das finde ich gerade richtig cool. Der Garden, das war gut. Ja, dass Reigns natürlich, das ist, er sagt ja auch mehr oder weniger, er ist der Showrunner der WWE. Na gut, bei seiner Entrance ist er eher der Show-Walker. Oder vielleicht sogar der Slow-Walker. Das ist ja ein bisschen sein Gimmick geworden. Sieben Minuten macht er immer. Plus Werbung. Aber in die verging es, ja. Gehört dazu zum Gimmick, hast du vollkommen recht. Was Neues gab es, zumindest ist es mir das erste Mal aufgefallen, die hatten wieder diese Bloodline-T-Shirts an. Und da hinten stand noch was Neues drauf auf dem Rücken. Nämlich irgendwas mit One. Und da waren Finger nach oben. Und die Usos haben das auch fleißig gemacht im Hintergrund. Da wurde ganz schön gefingert, mein Lieber. Ja, die zeigen ihre Finger irgendwie nach oben. Die stehen da die ganze Zeit so, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das was 9-11-mäßiges war, weil es steht ja auch auf dem T-Shirt drauf. Das scheint jetzt ihre neue Giste zu zeigen. Also wir zeigen Finger. Also so erhobener Zeigefinger halt. Ja, so ein Gruppierungsding halt. So ein Erkennungszeichen. Es ist natürlich, ich glaube im amerikanisch-englischen macht man das halt für die Nummer 1. Normalerweise hat man da diese Schaumdinger drüber. So beim Sport, dass man dann den Finger zeichnet. Und die machen es ohne Finger. Sah ein bisschen komisch aus, aber naja. Ja, aber man scheint da irgendwas aufzubauen für diese Gruppierung, für die Bloodline. Das rückt ja jetzt eh so ein bisschen mehr im Vordergrund. Diese Namensgebung auf Bloodline, das ist ja was, was man jetzt eigentlich erst angefangen hat. Das hat man bei Dark Badges schon ein bisschen gemacht, auch wo John Cena mit dabei war. Aber jetzt im TV ist das eigentlich erst die letzten paar Wochen jetzt zu sehen. Obwohl diese Verknüpfung mit den Uses ja vorher schon da war. Aber das ist in Ordnung so. Finde ich gar nicht so schlecht. Das wurde halt gefingert, wie gesagt. Und da kommt es relativ schnell, was sie eigentlich nicht erwartet hatte, dass die Musik vom Biest, vom Brock Lesnar ertönt. Und der kommt auch sofort raus. Ja, also WWE hat sich da echt nicht lumpen lassen. Schickt die großen Namen sofort raus. Und die Halle geht zum zweiten Mal steil innerhalb von ein paar Minuten. Das fand ich sehr, sehr, sehr interessant. So ein Opening habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Wo wirklich direkt Stimmung da war. Man hatte ein Big-Time-Feeling. Das kann man ja anders ausdrücken. Ja, und verantwortlich ist ein Mann, der ganz in Rot kam. Brock Lesnar mit dem Holzfällerhemd. Der kam gerade frisch von der Theke. Der hat ein bisschen Rippchen geschält. Und ein paar Koteletts und Stiel-Lamm-Koteletts vor allem hat er gemacht. Der unser Metzger. Nein, super, Brock Lesnar. Auch wie der wieder aussieht, der Mensch. Ja, ich möchte ja fast nicht mehr Mensch sagen. Ich glaube, Biest passt dann tatsächlich besser. Und der hat die Halle voll im Griff. Und der funktioniert wunderbar als Face. Die haben ihn gefeiert. Die haben beide gefeiert. Das ist das Interessante. Aber die haben auch beide irgendwie die Rollen dann am Ende wieder angenommen. Das fand ich eine ganz interessante Geschichte. Und das ist das, was ich vorhin im Intro schon versucht habe anzudeuten. Der Garn reagiert und erkennt Leistung an von Workern. Und das hat man bei Reigns am Anfang getan. Und dann besinnt man sich aber auch wieder zurück. Und versteht auch ganz schnell, okay, was man hier eigentlich im Endeffekt als Fan in Anführungsstrichen für einen Job machen sollte. Nämlich dem bösen Bösen hier in dem Fall eben Roman Reigns auszubuhnen. Und das ist ja auch was, was neu ist oder lange nicht mehr da war, dass Brock Lesnar eben der Face ist in dieser Geschichte. Und wir haben natürlich hier die Verquickung mit Paul Heyman. Das ist ja das, was über allen droht. Und das ist dann sehr, sehr interessant. Denn Paul Heyman fragt dann erst mal, so sag mal, Brock, sag mal, ist ja schön und gut. Und wir haben ja eine tolle Vergangenheit gehabt. Die war sehr erfolgreich als WWE Heavyweight Champion. Aber warum muss es denn jetzt unbedingt ein Universal-Title sein? Da war Dreckmann der weiße Elefant adressiert. Ja, Heyman ist natürlich ein Meister der Worte. Der weiß genau, was er da tut und was er damit anrichtet. Da war die Stichelei mit drin. Der hatte eine ganz, ganz schwere Smackdown-Folge, eine super Smackdown-Folge heute gehabt. Der arme Mann, der steht wirklich, also man weiß nicht genau, wo er steht, aber er steht mindestens zwischen den Stühlen. Und er musste jetzt zwei wirklich gefährliche Menschen aushalten. Und da hat er zu dem Moment noch ganz gut gemacht. Ja, das Interessante an der Stelle war dann, dass Brock nicht viel sagt. Er ist jetzt nicht bekannt als Promogott, das muss man sagen. Das war ja der Grund, warum Paul Heyman lange an seiner Seite war. Er sagt aber einen markanten Satz, nämlich, sag mal, Paul, warum hast du den Roman eigentlich nicht gesagt, dass ich beim Samboslam bin? Ui, 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 ui. Da hat er mal impliziert, dass er doch was davon wusste und dass er den Roman Reigns dann nicht Bescheid gegeben hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das war natürlich ein schöner Twist. Und viel mehr musste der Brock da auch nicht sagen. Das hat nämlich schon gereicht. Dass die Bloodline, außer Paul Heyman, mehr oder minder den Ring verließen. So viel kam dann nicht mehr. Da hat man nicht mehr viel zu sagen gehabt. Es war eher so ein, ach komm, Paul, sie sind gegangen. Aber der Paul stand immer noch im Ring mit dem Biest. Ja, da weißt du ja, dass es keine guten Zeiten für den Paul ins Haus stehen. Wir wissen nach wie vor nicht, ob das jetzt stimmt oder ob Leser sich da einen Witz gemacht hat oder wie auch immer. Damit spielt man wunderbar. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Auch Heyman in der Szene. Ich liebe einfach Paul Heyman, was der da macht. Dass dann Reigns so ein bisschen beleidigt die Leberwurst spielt und nicht direkt darauf reingeht. Ja, es ist völlig in Ordnung. Und das, was jetzt kommt, Paul Heyman in Westform. Ja, vor allen Dingen, da vielleicht noch ein Satz zu Roman Reigns. Der hat nicht die ganz großen Gelüste über Brock Lesnar zu reden. Das haben wir ja letzte Woche schon festgestellt oder die letzten Wochen, dass er das eigentlich gar nicht hat. Das muss man dazu sagen. In der Zwischenzeit wurde im Vorfeld auch bestätigt für Extreme Rules, dass es das Titelmatch gegen Finn Balor geben soll. Dementsprechend hat der Roman natürlich eigentlich für Balor im Kopf, aber muss sich jetzt mit Lesnar auseinandersetzen. Tut er aber nicht so richtig. Er geht einfach. Und dann steht da Paul Heyman, wie gesagt, da allein. Mimik und Gestik, wie immer top, hast du gerade schon gesagt. Das ist einfach ungenommen. Und dann wird es richtig skurril, denn man, naja, lässt den guten Paul Heyman da alleine mit dem Biest stehen. Und der sagt natürlich, wir müssen noch was klären. Der will im Endeffekt ganz klar ein Titelmatch haben und will das jetzt für Paul Heyman bestätigt haben. Zählt dann da auch runter. 5, 4, 3, 2, 1. Setzt zum F5 an, aber der passiert nicht. Ja, du hast ja das Announcement erstmal vergessen. Das war das Beste. Ladies and Gentlemen, my name is Paul Heyman. Es war wieder zurück. Er hat Brock Lesnar einfach announced wie früher. Es war alles wie früher. Einfach nur, weil er wirklich Schiss in den Hosen hatte. Der wusste nicht, was er jetzt machen soll. Also einfach verkaufen, verkaufen, verkaufen. Also im Grunde das Gleiche, was wir hier auch machen. Das Interessante ist natürlich, auch da sagt er nicht der Universal Champion, Reigning Defending. Nein, nein, das ist immer noch der Heavyweight Champion. Also der versucht da immer noch so drum zu schlamiseln. Schlaminern, meine ich. Der F5, der kommt dann nicht. Ja, also da wird er dann doch noch gesaved. Da ist es dann den guten Roman Reigns dann doch zu viel. Aber natürlich, man hat jetzt im Endeffekt hier ein Stück weit mal platziert, dass Brock Lesnar ein ganz klares Ziel hat. Und das ist der Titel. Der Roman Reigns kommt jetzt wahrscheinlich nicht mehr so ganz umher. Das ist der Aufbau und das ist die Quintessenz von diesem jetzt Segment gewesen. Erzählt mir, was ihr wollt, liebe Freunde. Das war ein Opening-Segment nach meinem Geschmack. Da habe ich richtig viel Spaß dran gehabt und ich weiß, du auch. Ja, natürlich, woher weißt du das? Es hat mir richtig gut gefallen und es bleibt einfach komplett ambivalent. Wir wissen nicht, was mit Paul Heyman ist. Und ich weiß auch nicht genau, warum Reigns erst geht und sauer ist oder auch nicht und was der für Gefühle hat. Und dann aber trotzdem kommt, um Heyman vor dem F5 zu retten. Ob er das für Heyman macht oder ob er das nur macht, dass Lesnar nicht seine Genugproduktion bekommt. Ich weiß es nicht. Also mir gefällt das, dass mir nicht wirklich Antworten geliefert werden. Das ist aber so interessant und so spannend, dass ich einfach dabei bleiben möchte. Also ich finde, diese Reigns-Geschichte hat jetzt nochmal eine neue Fahrt aufgenommen. Wunderbar. Interessant ist ja nach wie vor auch der Fakt, dass es diesen F5 eben nicht gab. Also es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass Paul Heyman und Brock Lesnar wirklich eine gemeinsame Sache schmieden, einen Plan haben. Das kann ja auch noch passieren. Da sind einfach viele Sachen drin. Und Finn Bälle ist ja irgendwie auch noch mit involviert. Der wird jetzt hier nicht gezeigt. Der kommt aber später noch. Und vor allem ist Paul Heyman ein sehr schlauer Mensch. Der wird das nicht auf sich sitzen lassen. Der wird jetzt nicht die nächsten Wochen der Loser sein. Der wird sich was überlegen. Und da bin ich gespannt. Also da ist alles möglich. Von dem Stable mit Roman Reigns und Brock Lesnar bis zu einem Turn von Paul Heyman. Oder man macht es wirklich so, wie es jetzt aussieht. Da ist wirklich viel, viel drin. Bin ich sehr gespannt. Da werden wir noch ein paar Erkenntnisse kriegen im Laufe dieser Folge Smackdown. Wir gehen dann erstmal natürlich in die obligatorische Werbung, wie man das halt so macht nach dem Opening-Segment bei Smackdown. Und wir kommen wieder. Und dann ist schon wieder Paul Heyman zu sehen. Der ist wieder mal Backstage vor der Kabine vom Champion, vom Tribal Chief. Und trifft da wieder auf Kayla Braxton. Das ist ja auch so ein Running-Gag, den man jetzt inzwischen wirklich jede Woche macht. Und natürlich stellt Kayla Braxton die Frage, die alle stellen. Sag mal, gibt es heute noch eine Antwort auf die Herausforderung? Und das will der Paul Heyman an der Stelle noch nicht ganz so beantworten. Sagen wir es mal so. Ja, er sagt, der wird schon irgendwann antworten. Da ist er dann wieder Anwalt. Aber vorher sieht man halt, wie er fertig mit den Nerven ist. Also er ist so, zittrig, tattrig und auch, ja. Und das mit Kayla Braxton ist super. Also wer das Talking-Smack nicht verfolgt hat, die beiden, die haben sich die ganze Zeit nur gezofft. Und eigentlich war Heyman da immer der Überlegene. Und jetzt kostet sie das voll aus, dass sie da jetzt was gegen ihn machen kann. Das war auch, ich glaube, später kommt sie dann nochmal so. Auch wieder wunderbar. Genau, machen wir das Segment gleich mit. Machen wir das gerne gleich mit. Es gibt dann nochmal das Aufeinandertreffen. Wird da gegankt. Ja, also da trifft Kayla nochmal auf Paul Heyman. Erstmal ist ja der Panzer da, ne? Wo war der Panzer auf einmal her? Den habe ich schon wieder verdrängt. Ja, noch Nox und Schotzi, die Panzer da rum beim Gängen. Also Gang-Panzern und sagen, hallo Heyman, sollen wir dich mitnehmen? Ja, können wir übrigens mal festhalten. Auch wenn das jetzt in dieser Folge keine Rolle spielte. Wir haben ja bei Raw neue Herausforderer gekrönt für die Frauen-Tag-Team-Division. Das Problem an der Sache ist, Frau Nox und Frau Schotzi, die sind ja eigentlich auch schon nochmal als Number-One-Contender. Aber vielleicht ist das einfach gebrandsplitted. Ich weiß es nicht. Das sind Double-Contenders gegenseitig. Die machen nochmal ein Contender-Contenders-Championship-Ding. Ist aber gar nicht so wichtig. Denn hier geht es ja eigentlich darum, dass Kayla Braxton jetzt immer noch wissen will, was denn jetzt mit der Antwort ist. Und da muss der Paul dann wirklich mal, da muss er dann mal raus. Und er sagt dann, okay, pass auf, wir machen das jetzt einfach so. Die Usos müssen ja heute einen Titel verteidigen. Wenn sie das getan haben, dann gibt es live die Antwort. Und damit ist Paul E., Paul E. sage ich schon. Paul E. Dangerously. Paul E. Dangerously. Paul Heyman ist dann eigentlich fertig, denkt man, aber nö, da kommt doch ein Big E. Da ist der deutsche Versprecher dazu. Und hält seinen Koffer in die Höhe. Ja, warum denn nicht? Das war doch auch wieder witzig. Da wird weiter fleißig geteased. Ja, nehme ich gerne. Ja, ich auch. Also ich habe sehr viel Spaß gehabt an der ersten halben Stunde, muss ich sagen. Und dann gab es, ja, ein Tag-Team-Match, nämlich ein Ten-Man-Tag, wo ich ja jetzt nicht ein ganz großer Freund von bin. Da hat man alles reingepackt, was sonst so stattfindet bei SmackDown, wo heute nicht so wahnsinnig viel Zeit war. Ich gehe das mal durch. Wir haben auf der einen Seite Sami Zayn, wir haben die Dirty Dogs. Dirty Dogs heißt das, die sagt das richtig. Entschuldigung. Wir haben Apollo, wir haben Otis. Und auf der Gegenseite stehen die Mysterios, Nakamura, Wuchs und Big E. Den wir ja gerade schon gesehen haben. Das mache ich deswegen so schnell, weil man im Endeffekt das nur kurz angeteased hat. Da ging es wieder in die Werbung. Und dann waren eigentlich alle schon im Ring, außer Nakamura. Der kriegt noch zwei Sekunden Entrance, damit man halt mal Gitarre gehört hat. Ja, also Rick Bux ist natürlich over. Der kann Gitarre spielen. Die haben sich alle gefreut. Also wirklich jetzt, das hat gut funktioniert. Auch bei All Out, da war ja Rick Bux auch da, glaube ich, habe ich mitgekriegt. Ten-Man-Tags, das ist aber eine Sache der WWE. Sowas macht man ja dann da auch gar nicht in der Konfirmie. Erzähl weiter. Das ist ja noch nicht alles. Wir sehen nach der Werbung, ein Sammy Zane, der hatte interessante Sachen an. Er hatte auf jeden Fall, ich glaube, das war ein Basketball-Shirt der ansässigen Mannschaft aus New York. Und drunter hatte er ein, ich weiß es nicht, war es eine Schlafhose? Ich glaube, da stand irgendwas drauf mit I Love New York. Irgendwie sowas sah aus wie eine Schlafhose auf jeden Fall. Ja, das war dieses typische I Love New York Branding da, das ist wunderbar. Das war dann das beste Outfit überhaupt. Es sind übrigens die New York Knicks, also nur falls du dich hier nicht exposed bist. Ja, selbstverständlich. Ich habe von Basketball keine Ahnung, aber wir haben ja einen Chat dabei gehabt. Und was dann passierte, war es auch gut so, dass der Chat dabei war, weil die haben uns das erklärt, was da jetzt passiert. Es ist jedenfalls so, dass man denkt, Sammy Zane will jetzt hier die New York Knicks, wie ich gerade gelernt habe. Einmal overputten in New York, was ja eigentlich atypisch ist, weil der ist ja eigentlich kein Crowdpleaser normalerweise. Der Sammy bleibt da auch an der Stelle nicht, denn er kündigt den größten Basketballstar aller Zeiten an, nämlich Dre Young. Da haben wir uns kurz den Kopf gekratzt, wer ist der Dre Young? Naja, das ist wohl einer von den Atlanta Hawks. Ja, und der wurde zuletzt im Madison Square Garden wohl angespuckt von einem Fan. Und deswegen hat er entsprechend den Heat gezogen und Sammy Zane macht natürlich wieder den Boom an. Sehr, sehr schönes Team. Ja, und die Heat hat wunderbar funktioniert. Das geht immer mit Sport und so. Das klappt dann immer, weil ich glaube, die haben auch New York rausgeworfen. Ich glaube, das war die Story. Er meinte ja, ich habe ja jemand, der hat schon mal im Madison Square Garden gewonnen. Ach, das war gut. Das war ein schöner Heat. Also, das hat nicht reingepasst irgendwie, aber für so ein Match, was auch nicht reingepasst hat, hat das irgendwie funktioniert. Und, ja, Dre Young ist offensichtlich ein großer Baseball-Basketball-Star und, ja, ist an uns vorbeigegangen. An mir muss ich zugeben auch. Ja, das haben uns die Leute im Chat erklärt. Also, so gehen wir das jetzt mal wieder an der Stelle. Aber das war ein schöner Aufhänger, wie ich fand. Der bleibt dann auch gleich draußen, der Basketball-Star. Der steht da am Ring, wie man es halt so macht. Es sind ja eh schon zehn Leute da, plus Apollos, ja, Commander. Der Commander steht da auch rum, der macht auch wieder gar nichts. Ja, ja, der macht gar nichts. Nee, aber du hast es schon angesprochen, der Rick Bux, der kriegt ja wahnsinnig gute Reaktionen auf einmal im Madison Square Garden. Was war denn da los? Also, es gab Rick Bux-Chats. Ich hab dir das gesagt. Ich sage dir das seit Wochen. Rick Bux ist over. Der Typ ist Legende. Naja. Also, was die Zehn dann da machen, das war auch ein atypisches WWE-Match. Normalerweise würde man sagen, das ist so ein Filler-Ding, ne? War es irgendwie von der Ansetzung natürlich auch. Man hat da alles reingeworfen, was man halt sonst noch hatte. Aber die machen halt validen Indie-Catch, ja. Das war ein reiner Crowd-Pleaser. Viele Spots, viel Action, direkt von Anfang an. Ja, der Herr Young, der gute Basketballer, der macht dann später den Buhmann gegen Ray, hält ihn da einmal fest und attackiert ihn. Muss dann die Halle verlassen und die Halle geht halt aber wirklich einfach steil. Aber mal sowas von. Gute Crowd, ja, ja, Indie-Catch, du sagst es ganz genau. Das war ein nettes Match, konnte mal gut gucken. Hatte keine Tiere überwand. Wir haben einfach alle da reingeworfen, die gerade zufällig da waren. Wir haben Otis vor allem da drin gehabt. Otis hatte seine Momente. Der war natürlich nicht aufzuhalten. Das ist ja ganz klar. Der kommt noch mal. Ach, also Otis, da müssen wir noch mit rechnen, mit dem Menschen. Ja, gut. Wie gesagt, es ist gar nicht so wichtig, wie es ausgeht. Am Ende gibt es das Big Ending von Big E gegen Sami Zayn. Damit endet die Siegeserie von Sami Zayn. Er stand zumindest 2-0, jetzt steht 2-1. Double 6-1-9 gibt es noch. Die Mysterious waren ja auch im Match. Double 6-1-9, also ein 12-38. Ich habe mir das aufgeschrieben, deswegen will ich das noch eben sagen. 12-38. Es ist auch, sind wir ehrlich, scheißegal. Es ging ja rein um die Stimmung in der Halle. Es ist komplett wurscht. Was dann danach aber passierte, das ist auch ein bisschen untypisch für die aktuelle WWE. Kayla Braxton kam zum Ring und interviewt im Ring Big E. Das haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen. Und das ist auch ein Stilmittel, was man schon lange mal wieder sehen oder bringen musste, ehrlich gesagt. Weil gerade wenn du eine heiße Crowd hast und wenn du jemanden hast, der was zu erzählen hat, dann ist das ein schönes Ding. Und das hat man endlich mal wieder gemacht. In dem Fall mit Big E, der natürlich nach wie vor den Koffer hat. Und Kayla Braxton, wir kennen es ja, die stellt die richtigen Fragen. Die fragt ihn nämlich, ja, was ist denn jetzt der Plan, wie geht es denn da jetzt weiter? Und da sagt Big E, was ganz Interessantes drauf, er sagt nämlich, äh, ja, das ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass man mich heute zu sehen bekommt. Das stimmt ja auch. Wir haben das eine Segment schon vorweggenommen. Man hat ihn nochmal gesehen. Also nehme ich im Mall. Aber vielleicht noch mal. Ich hoffe, er ist ja nicht. Ich hoffe, er ist ja nicht gehalten, aber das war heute das letzte Mal, das wir gesehen haben. Aber er sagt auch, und das ist der interessante Part, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, andere Daten, wo man auftauchen könnte. Hat man hier in Raw Shift geteased? Das hat man definitiv gemacht. Und das ist auch sein gutes Recht. Wenn er Bock hat, geht er zu Samoa Joe nach NXT. Da ist übrigens jetzt das Restart Branding mit dem Flöter und dem Peer, kann man auch mal sagen, nächste Woche. Aber dass der Big E, dass das geteased wird, das ist auch, das passt doch wunderbar da rein. Du hast jetzt eine super Smackdown-Ausgabe, wo alles möglich ist offensichtlich. Warum nicht auch so ein Cash-In und und. Dass man das jetzt nochmal dann teased mit dem Interview, das fand ich dann auch gut. Und er kam tatsächlich, wie du sagst, er kam nochmal raus. Er hat ja nicht gelogen. Ja, vor allem lässt man es komplett offen, in welche Richtung es jetzt geht. Also man bringt ihn mit Heyman. Man bringt ihn ja nicht das erste Mal mit Heyman. Das hat man ja die letzten Wochen auch schon ein paar Mal gesehen. Als Putzmann habe ich ihn in Erinnerung. Man spricht aber hier auch indirekt eben Raw mit an und macht diese Tür halt auf an der Stelle. Finde ich ganz interessant. Was ich aber auch festgestellt habe, ist, ich glaube, der braucht einfach noch ein bisschen Zeit, um jetzt seine Fahrt aufzunehmen. Also die Halle nimmt das an, ja, nach diesem Crowd-Bleaser-Match. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie ihn jetzt als Überface gerade akzeptieren würden. So habe ich es mir notiert. Nö, das braucht er noch einen Moment. Lass dir noch Monate damit rumlaufen. Vielleicht casht er weder gegen Rates noch gegen Lashley ein. Wer weiß, wer in einem halben Jahr Champion ist. Das würde ich wirklich noch auf eine lange Wank schieben. Apropos Überface und Überheels. Wir kommen zum Contract-Signing. Das war angekündigt eines der großen Highlights. Ich weiß nicht, wer das wirklich sehen wollte. Es ist natürlich so, dass Bianca Belair rauskommt. Sie erzählt wieder was. Ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, was. Ich sage dir ganz ehrlich, es ist genau so eine Promo gewesen, wie wir es halt immer gesehen haben von Bianca Belair. So richtig funktioniert das nicht. Und vielleicht sollte man sie einfach weniger reden lassen. Sie unterschreibt auf jeden Fall relativ schnell den Vertrag. Natürlich ist Sonja Deville und Adam Pearce, die stehen da auch wieder mit oben. Der Tisch, den wir schon kennen, dieser, ne, nicht mehr Holztisch, jetzt richtig Steinplatten, Glock abgeschnitten ist. Ja, wo der Schwingschleifer so drüber gegangen ist. Und so, der ist immer da. Ja, der war wieder da. Und wie man das halt so macht, in letzter Zeit will man halt da jetzt unterschreiben. Das ist insofern ganz praktisch, wenn die Herausforderung das sofort tut. Das Problem war, an der Stelle war Becky noch nicht da. Die kam dann aber. Und sie hatte ein sehr, sehr komisches Outfit heute an. Also nicht so, wie man es kennt. Sie hatte den roten Mantel an. Das war bestimmt irgendein Tier, bin ich mir sicher. Also da hat sie vielleicht mal den Schrank von Seth gegriffen. Ich weiß es nicht. Und noch viel geiler, sie hatte eine Brille im Gesicht. Der hat ein bisschen an WrestleMania 35, an die Stage erinnert. So vom Glitzern und von der Größe her. Also das war für mich ein klarer Heel-Look. Die Crowd ist aber auch dementsprechend verwirrt gewesen. Ja, wir waren nicht verwirrt. Wir wussten ja, was uns zukommt. Ich fange mal mit Pierce und Deville an. Die muss natürlich wieder da sein. Die sind natürlich voll da, haben natürlich direkt den Vertrag in den Händen. Bianca jetzt unterschreibt das Ding und dann ist gut. Warum macht man das dann überhaupt vor Publikum, wenn die nicht noch reden darf? Und dann sind wir ja seit Wochen einig, dass Bianca Belair nicht so viel reden sollte. Weil das funktioniert einfach nicht. Und dann lasst die einfach Matches gewinnen, Matches gewinnen, Matches gewinnen. Machen sie nicht. Und also diese Promo wieder von der... Ich habe aufgeschrieben, ich respektiere Becky. Die hat mich halt gekriegt bei SummerSlam. Aber jetzt bin ich ja ready, also machen wir diesen Kampf. Also so dieses Niveau war das. Das hat mich nicht gepackt. Und Becky Lynch, ja, der Samantel, der war großartig. Den hat sie sich garantiert von ihrem Mann geholt, geliehen. Der würde das auch tragen, Seth Rollins. Die Brille, ja, du sagst es, die Stage. Also eine riesengroße LED-Wand war das mehr oder weniger. Mich hat gestört, und vielleicht sollte es das auch, dass das Ding komplett knallerot war und sie orange Haare hat. Das beißt sich so ein bisschen. Also orange und rot, das sage sogar ich, das möchte ich nicht haben. Aber ansonsten, ja, wie sieht sie aus? Ist das jetzt so böse-heelig oder ist das jetzt schon so geek-heelig? Weil ich fand das eigentlich so badass-mäßig, ne? Das hat sie als Face doch auch gemacht. Da hat sie doch auch komische Sachen angehabt teilweise. Ja, aber das war jetzt schon... Also wenn man jetzt noch erzählen will, dass das kein Heel-Turn sein sollte, dann... Kein Heel-Turn. Dann gehe ich nicht mehr mit. Das habe ich die letzten Woche ja schon gesagt. Und das hat es jetzt nochmal unterstrichen, oder sollte es unterstreichen. Die Promo ist aber auch nicht wirklich gut von ihr, muss man auch sagen. Da hat sie sich ein bisschen eingereiht in die belärischen, ja, Niveau-Klassen-Regal-Kategorien. Je nachdem, wie man es ausdrücken will. Aber sie sagt so sinngemäß, ne? Geht natürlich ein bisschen ins Ruhl, die kommt mal ein und sagt, ja, guck mal, ich hab ja letztendlich mein Kind jetzt mal zu Hause gelassen, hab alles dafür gegeben, dass ich hier bin und ihr honoriert das nicht. Das ist halt so der Aufbau. Das ist halt schon ein bisschen geekig, muss man schon auch sagen. Aber sie stellt dann fest, naja, ist ja kein Ding. Vielleicht schlage ich die ja heute hier in 20 Sekunden. Das fand ich dann wieder interessant. Aber die eigentliche Frage, die sie stellen will an die Authority ist, sag mal, was ist denn eigentlich, wenn ich das Ding hier nicht unterschreibe? Es gibt sein It-Chance. Also da war die Hand ja dann doch wieder da. Aber ganz ehrlich, das hat insofern keinen Sinn gemacht, weil sie am Ende dann doch einfach unterschreibt, ja, nach einer relativ Mauen-Promo. Also das hat beiden nicht so richtig geholfen, das ist die Erkenntnis. Es hat nicht so wirklich gezündet. Es war auch das, in meinen Augen, schwächste Segment bei diesem sehr guten SmackDown heute. Also was wir hier haben, wir haben einfach Bianca Belair, die nicht so wirklich zündet in ihren Promos. Wir sehen das unter uns noch ein bisschen negativer als die Crowd. Die Crowd ist eigentlich immer relativ da, aber es zündet nicht so wirklich. Und dann triffst du auf eine Becky Lynch, die man ja eigentlich lieben will, die ja eigentlich immer Face ist und die noch nicht diesen Heal-Turn so richtig vollzogen hat. Und da weiß sie, schaut nicht, ja, was mache ich denn jetzt? Und die richtigen Buchrufe kamen nicht, richtiger Jubel kamen nicht und sie sagt, es war in Ordnung. Also die Promo war besser als die von Belair, fand ich. Und das war schon okay, aber es war nicht so überragend. Also das mit den 20 Sekunden war gut, also von wegen, also ich würde ja heute kämpfen, vielleicht bin ich ja in 20 Sekunden durch, aber wer weiß das schon. Das fand ich gut. Und dann auch die Idee, wie wäre es, wenn ich nicht unterschreibe? Das fand ich auch gut, weil warum sollte sie unterschreiben? Sie hat letzte Woche gesagt, sie will das Match nicht. Und Pierce und Deville hatten dann auch nicht wenig Argumente. Die hätten ja sagen können, wenn du jetzt nicht unterschreibst, dann verlierst du deinen Titel. Hat man nicht gemacht. Und dass sie es dann trotzdem unterschreibt, das hat mich gestört. Dann macht sie es ja trotzdem ohne Grund. So von wegen, ja, mein Kind ist ja zu Hause, bladiblupp. Aber warum macht sie es denn dann trotzdem? Warum geht es ihnen nicht einfach? Aber dann ist sie ja wahrscheinlich dann wieder so ein irgendwas-Heal. Da hat man sich ein bisschen in die Ecke gebuckt. Das war doof. Und nee, brauchte ich nicht. Ja, vor allem, das ist das Problem, was ich mit der aktuellen Konstellation der beiden da habe, ist, dass man eine vermeintliche Heal-Becky, deren Turn nicht wirklich funktioniert aktuell, nutzen möchte, um eine Face-Bianca aufzubauen. Das funktioniert aktuell so nicht. Also normalerweise sollte man ja sagen, okay, ich habe einen starken Face und dann kommt der Heal dazu und dann habe ich Stimmung in der Bude. Das sehe ich hier aktuell noch nicht. Bin gespannt, ob man das vielleicht noch in einer oder anderen Form dann abändert. Vielleicht wären Turns in die andere Richtung sinnvoller gewesen. Vielleicht wären Bianca Belaird Heal-Turnen. Definitiv, ja. Wäre vielleicht sinnvoller gewesen und Becky war sowieso sehr beliebt oder ist sehr beliebt. Das Problem ist einfach, die Fans kaufen es noch nicht. Und ich bin mir nicht sicher, ob man das noch hinbekommt, gerade bis Extreme Rules. Das sind halt noch zwei Wochen. Also das ist so ein bisschen, hm, da habe ich Bauchschmerzen mit. Also du sagst, es war mit Abstand das schwächste Segment. Schwächer als das Tenmin-Tag. Ich habe noch einen Grund, warum dieses Segment nicht gut war. Es war ein Contract-Signing-Segment und der Tisch stand am Ende noch. Also von daher konnte nicht gut sein. Ja, das ist nicht mehr meine WWE, was das angeht. Nö, nö. Aber das haben wir dann damit auch schon abgehakt. Das war wirklich das Segment, wo man am ehesten sagen konnte, okay, kann man verzichten. Aber es ging jetzt auch nicht so wahnsinnig lang. Also dementsprechend hat man nicht zu viel Zeit vertan. Das verbuchen wir mal unter, hm, war ein Versuch, aber kam halt nicht so gut an. Und damit ist es auch gut. Schauen wir mal, wie es die nächsten Wochen weitergeht. Es geht hier auf jeden Fall weiter mit Edge gegen Seth Rollins. Das war ein Match, das wurde angekündigt. Ist ein Rematch vom Summerslam. Wissen wir alle, Edge hat in Summerslam ja quasi gewonnen. Ja, mit dem Sieg gegen Seth Rollins. Und das war ja auch toll mit der Brut und den ganzen Reminiscenzen. Und danach gab es ja von beiden die Promos. Ja, wir wollen trotzdem weiter Richtung Titel gehen. Beide haben anscheinend daraus gelernt. Der Rollins wollte sich ein bisschen mehr daran orientieren, was Edge getan hat. Bisschen Trickbesinnung. Und ich habe mir vor allen Dingen notiert, der Edge kommt in die Halle und der wird gefeiert wie eh und je. Ganz ehrlich, an der Stelle haben wir uns gefragt, naja, wie wollen die jetzt dieses Match eigentlich sinnvoll weiterbucken? Weil alles andere wie ein Edge-Sieg wäre ein bisschen komisch, wenn man es weiterführen möchte. Andererseits, ein Rollins-Sieg würde das Summerslam-Match ein bisschen egalisieren. Und gibt es dann vielleicht noch das Thrubber-Match bei Extreme Rules? Schauen wir mal drauf. Also das Match ging relativ langsam los. Es gab mal Headlocks, es gab ein Suicide-Difel. Da ging erst mal die Werbung. Ja, also das zieht sich jetzt durch. Das passiert dann mehrfach. Dann gibt es zwischendurch ein Segment, wo Rollins unter anderem zwei Clam-Slams zeigt. Also meine These mit Ben Phoenix ist dann noch nicht ganz aus dem Spiel. Zumindest in dem Zeitpunkt nicht. Andersrum gibt es aber auch ein Pedigree von Edge. Es gibt mehrere Near Falls und es gibt vor allen Dingen viel, viel Werbung zwischendrin. Wir gehen in die dritte Werbung während des Matches oder während dieser ganzen Geschichte. Und so zieht sich das Ganze nicht unbedingt im Negativen, aber es zieht sich einige Minuten. Das ging wirklich relativ lang. Das Ding ist, also ich kann sagen, es war ein richtig gutes Match. Also jetzt nicht, dass wir hier meckern oder so. Also beim SummerSlam war das auch schon Match of the Night und jetzt war es auch richtig, richtig gut. Aber du hast eine Anfangsphase von einem insgesamt 23-Minuten-Match am Ende, wo eben behäbiges Resting passiert, wo die Rest-Holes passieren, wo nach und nach aufgebaut wird die Spannung. Das ist auch richtig so. Aber wenn ich diese Phase mit drei Werbeblöcken unterbreche, kommst du halt nicht rein ins Match. Das ist so ein bisschen das Problem. Hinten raus war es dann super. Aber das mit den Glam Slams fand ich interessant, ob man da tatsächlich noch was Phoenix rausholt und Becky Lynch. Wobei Becky Lynch da eigentlich jetzt nicht reinpasst, hat man, glaube ich, den Moment dann vertan. Nennenswert noch, dass Edge als Bret Hart verkleidet ist heute. Das war auch interessant. Also generell Edge wieder im Madison Square Garden zu sehen. Er sagt, es ist sein letztes Mal, dass er da jetzt kämpft. Und das war schon gut, das war schon Gänsehaut. Und die Crowd steht auch auf den Stühlen, als Edge rauskommt. Das kann man nicht anders sagen. Hier spielt natürlich ein bisschen rein, dass wir gerade erfahren haben, dass Becky eben doch unterschrieben hat. Hätte man das vielleicht nicht gemacht davor, hätte man diese Option halt offen gehalten. Vielleicht tritt ja Becky wirklich nicht an im Titelmatch gegen Bianca. Dann hätte man das erzählen können. Dann hätte man vielleicht bei Phoenix rausbringen können. Und man hätte ein Rubbermatch als Intergender-Tagteam-Match gemacht. Das war ja meine These beim Summerslam. Ich glaube, das hat sich erledigt. Du hast gesagt, hinten raus zieht das Match an. Gar keine Frage. Es war hinten raus ein richtig gutes Match. Es gab viele große Moves. Also das muss man schon sagen. Und vor allen Dingen fängt man dann gerade im Schlussrittel an, immer wieder Moves auch gegen den Nacken von Edge zu zeigen. Und das ist ja genau das, wie dieses Match eigentlich die ganze Zeit aufgebaut war. Also Seth Rollins hat die ganze Zeit immer wieder gesagt, ich werde diesmal den Herbstop durchziehen. Ich werde diesmal es ein für alle Mal beenden. Und hier bereitet man vor. Also da gab es immer wieder Aktionen gegen den Nacken und die waren nicht ohne. Genau, diese Geschichte eben, dass der Nacken kaputt ist und dass Rollins da drauf geht. Das war dann gut. Die Crowd war ein bisschen ruhig. Wir anderen sehen ja jetzt neuerdings die Crowd. Das ist auch ungewohnt. Aber dann gibt es den Spear und es gibt ein Kick-Out aus dem Spear. Und die Crowd ist sowas von hot an der Stelle. Das heißt, die sind nicht geschlafen, sondern die waren einfach gespannt an der Stelle. Ja, und dann ging es dann dahin. Dann war dann die Referee-Dame, Jessica K., irgendwie involviert. Ich weiß nicht, ob andere Promotions das so booken würden. Aber, äh, okay, ich lasse jetzt auch mal die Schuhe. Nein, komm, ich lasse das jetzt auch mal. Ist auch ein bisschen zu viel, ja. Ich sag nur noch mal, Michael Cole spricht an einer Stelle von einem All-Out-Brawl. Das hat er so gesagt. Also wenn der das darf, dann darf ich das auch. Ja, naja, gut. Das fand ich ein bisschen übertrieben. Es war ein gutes Match. Das schon, aber es war jetzt auch nicht ein Match for the Ages. Das sicherlich nicht. Es gab dieses Spear. Du hast ihn angesprochen. Du hast aber im Stream so gesagt, das ist aber auch ein Umarmungsspear von Edge. Der sieht so ein bisschen komisch aus. Der Impact fehlt da. Nein, nein, der sieht nicht nur komisch aus. Der Spear von Edge, das ist der schlechteste Spear, den es im Professional Wrestling gibt. Da bleibe ich bei. So leid mir das tut, so gerne ich Edge mag. Aber es ist ein Umarmungsspear und schon immer gewesen. Reicht an der Stelle auch wieder nur für Nierfall. Also das Match ging schön hin und her. Das hat man gut erzählt. Du hast gesagt, dann kommt halt diese Jessica Kahn, die Referee-Frau, ins Spiel. Sie wird fast gerefft, bumpt. Ja, aber auch nur fast. Es reicht aber dafür, dass, ja, Seth Rollins einen Low Blow gegen Edge zeigen kann. Und sie hat es halt nicht gesehen. Und dann passiert ein Segment. Das hat mich sehr an Shawn Michaels und Ric Flair erinnert. Das hatte so diese Low-View-Vice. Vielleicht deshalb Bret Hart bei Edge. Ja, könnte es sein. Es war wirklich so, dass Seth Rollins Edge quasi tötet. Es gibt mehrere Super-Kicks. Ja, es gibt mehrere Kicks gegen den Kopf, Richtung Kopf. Edge steht immer noch wieder auf. Und dann gibt es irgendwann den Stomp. Und dann ist wirklich einfach Feierabend. Haben wir hier wirklich das letzte Match von Edge gesehen? Zumindest für die abziehbare Zeit? Ich hoffe es. Sagen wir mal so, ich hoffe es. Das Ganze steht 1-1. Und WWE ist für Rematches bekannt. Also ich sehe da eine sehr große Chance, dass wir bei Extreme Rules oder wann auch immer das Match nochmal sehen. Ich hoffe, das war es. Weil jetzt hat Edge einfach den großen Pop gehabt beim Summerslam. Und Rollins geht jetzt am Ende als Sieger raus an der Stelle, weil er zerstört einfach Edge. Für mich ist das Ding durch und muss auch nicht weitergehen. Vor allem mit dem, was wir am Ende von Rollins dann noch sehen, was du uns gleich erzählen willst. Dann ist das Ding einfach durch. Es war am Ende noch brutal. Es war wunderbar. Und das hat mir dann auch gefallen. Der Stomp wird einfach als Mega-Move verkauft. Der geht einfach durch und der bricht quasi den Nacken von Edge. Da kann man von ausgehen. Ja, da möchte ich auch mal vorheben. Das ist schon wieder Long-Term-Booking. Also wir haben es jetzt lange gewünscht. Jetzt sehen wir es wieder. Also man hat diese Stomp-Geschichte jetzt wirklich lange erzählt. Meine These ist, dass das wirklich erstmal der Punkt ist, wo man Edge wieder rausnimmt aus dem Programm. Der kann dann Richtung Royal Rumble, WrestleMania sicherlich nochmal zurückkommen. Vielleicht macht man da dann das Rematch. Jetzt einen Rematch zu machen, fände ich ein bisschen arg früh. Ja, gerade nach der Story, die man erzählt hat. Denn, ja, der Edge wird nach der nächsten Werbepause, die es natürlich gab, im Krankenwagen davon gefahren. Und wir sehen da nochmal Seth Rollins, der sagt, ja, sein Arm tut weh. Er ist ganz schön ruhig an der Stelle. Aber sonst fühlt er halt nichts. Das sagt er halt. Also das war schon so ein Abschiedssegment. Hat er die Karriere beendet? Der Edge, damit spielt man. Natürlich wissen wir alle, das wird nicht passieren. Der wird irgendwann nochmal auftauchen. Und das schon, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man das wirklich bei Extreme Rules macht. Und wenn das wirklich so passiert, dass man das halt jetzt erstmal ruhen lässt, vielleicht dann Richtung WrestleMania nochmal einen Rematch macht mit entsprechenden Aufbau. Und dann, okay, jetzt möchte ich das nicht sehen. Damit ist es doch jetzt erstmal beendet. Lass jetzt Seth Rollins was anderes machen. Und dann gucken wir mal. Aber vielleicht gibt es auch einfach ein Ambulance-Match, weil wir haben gerade schon mal gesehen. Keine Ahnung. Jetzt, wo du sagst, nein, bitte nicht. Ja, natürlich kommt Edge irgendwann nochmal wieder. Und wenn er irgendwann kommt und dann nochmal das Match oder gegen wen anders, das ist in Ordnung. Aber nicht jetzt, lass den nicht nächste Woche wieder kommen mit ein paar Krücken oder Rippe verbunden. Nee, das glaube ich aber jetzt auch an der Stelle nicht. Zwei Sachen am Ende. Also erstmal, Pierce und Deville, die beiden Authority-Dinger, die gucken ihn ja böse an. Die blicken den Rollins böse an und so von wegen, was hast du da bloß gemacht? Was ist dir da dabei, wie kannst du nur? Da möchte ich aber mal gerne sagen, das Ganze ist während eines Wrestling-Matches passiert. Es gab keinen Beatdown nach der Glocke. Das war in einem Match und die Referee hat nichts gesagt. Und dann, finde ich, kann man das auch nicht auf Rollins schieben. Das war einfach so passiert und das ist in Ordnung. Und das andere, viel spannender, Rollins wurde erneut verändert von einem Match. Wir haben das nach dem SummerSlam-Match gesehen, wo er sich gewisse Sachen überlegt hat und das ja jetzt anders sein muss. Und jetzt haben wir es wieder. Es ist ein ganz klar veränderter Rollins an der Stelle gewesen. Der Nachdenk, der überlegt, da war kein Lachen mehr. Es kann sein, dass der nächste Woche mit Lachen wieder rauskommt. Und ich sehe ja auch keinen Faceturn. Der ist aber durchaus möglich an der Stelle, so blöd das auch klingt. Und das macht es dann auch wieder spannend. Also das ist wirklich interessant, wie dieser Charakter Rollins jetzt durch diese beiden Matches sich verändert hat. Und vielleicht eine neue Seite in ihm kennt. Und da geht viel. Nämlich. Ja, also ich sehe auch keinen Faceturn. Also ja, man könnte hier was machen, sicherlich. Ich sehe aber nicht die Notwendigkeit. Also du hast jetzt gerade wahrscheinlich einen beliebten Part-Timer erstmal wieder retiert. Das ist ja eigentlich ein Payoff für einen Heal. Und ich sehe es auch nach wie vor so. Also man hat, jetzt kann man sagen, ja, warum bestätigen wir jetzt nicht den Edge-Tick vom SummerSlam? Ja, ganz einfach. Man hat beim SummerSlam Edge den Moment gegeben, den er bei WrestleMania nicht bekommen hat. Hat den großen Pop mitgenommen. Für SummerSlam war das auch okay. Jetzt hat man im Endeffekt die Story damit abgeschlossen, dass der Heal am Ende ihn erstmal wieder aufs Krankenbett schickt. Und damit ist die Story auch durch. Da brauchen wir jetzt keinen Faceturn von Seth. Also ich hoffe nicht, dass das passiert. Also das wäre gleichbedeutend mit einem Rubber-Match beim Extreme Rules. Das würde ich dann nicht kaufen. Ganz ehrlich, lass den jetzt wirklich mal raus. Und dann ist die Sache auch gar nicht so übel gewesen. Wie gesagt, absolut okayes Match. Anfang wirklich rausgerissen. Das sehe ich auch so. Viel zu viele Werbeunterbrechungen. Aber es ist halt ein TV-Match. Dafür ging es aber wahnsinnig lang. 23 Minuten. Das hat Spaß gemacht zu schauen. Ja, ganz genau. Jetzt sind wir ja schon fast beim Man-Event, ne? Sehe ich das richtig? Da kann ich dich ja mal fragen, Herr Flöter, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Natürlich. Heute ist 9-11. Ja. Weißt du, wer Geburtstag hat? Der Kaiser. Der Kaiser wird heute 76. Franz Beckenbauer. Kennst du das Lied von dem damals? Sollen wir das mal singen? Kennst du das? Der macht das ja auch ganz ohne Emotionen. Also im Grunde wie du. Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein. Weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein. Und Paul Heyman hat auch Geburtstag heute. Ah, herzlichen Glückwunsch, Paul. Glückwunsch, ja. Ach, und Paul Heyman. Ja, gutes Thema. Paul Heyman. Ist wieder mal Backstage. Die sind wieder mal Backstage, ne? Also alle von der Bloodline. Die stehen wieder mal in einer unkleinen Kabine. Wir wissen natürlich, dass der Roman Reigns, der macht sich jetzt doch ein bisschen Sorgen um die Usos. Heißt Sorgen, aber er sagt so, naja, gut. Habt ihr jetzt ein Titelmatch gegen die Street Profits? Das ist vorher noch auf Twitter angekündigt worden. Das ist noch so ein Highlight gewesen, was man noch schnell gesetzt hat. Kommt ein bisschen früh, finde ich, nach dem Aufbau. Aber macht irgendwie dann auch wieder Sinn. Wir hatten halt damit gerechnet, dass es eher bei Extreme Rules passiert. Jetzt macht man es halt bei der Super-Smackdown-Episode, das Titelmatch. Und der Roman Reigns, ja, die Promo, was hat sie zu sagen? Ich glaube, das hat doch eher darauf hin abgezielt, dass der Roman Reigns mit dem Paul so ein bisschen ein Problem hat mit dem, was da vorher passiert ist. Naja, er hat ihn halt gerettet. Und die Frage ist, warum hat er Indigas gerettet? Und naja, wir sehen halt wieder, wie Reigns dann TV schaut, wenn seine Cousins im Match sind. Und wir sehen, wie Paul Heyman dann Reigns schaut, während Reigns TV schaut. Das ist halt auch wieder ganz schön. Aber naja, mal schauen. Match. Ja, es gab an der Stelle übrigens schon wieder Werbung. Das ist kein Witz. Also heute war es echt belastend. Hinten raus auch viel Werbung. Jaja, also das ist ja gar keine Kritik, weil die Werbeblöcke sind immer gleich lang, auf die Nettospielzeit gerechnet. Aber irgendwie war die komisch gesetzt heute. Ich weiß nicht, was da los war. Klar, vielleicht wirkt das auch einfach so, weil wir halt viel Wrestling gesehen haben. Es waren am Ende nur drei Matches. Ja, also versteht mich nicht falsch. Das ist jetzt das letzte Match mit SmackDown. Aber dadurch, dass Red Rollins relativ lang ging, dass das Match jetzt auch ein paar Minuten bekommen hat, hat sich das so angefühlt, wie es ist ständig Werbung. Ja, also das hat mich wirklich ein bisschen rausgerissen, auch bei diesem Match wieder. Ja, die Street Profits kommen. Ja, die sind die Validen. Ja, Contender. Ja, die haben ja das Contender-Match letzte Woche gewonnen durch eine DQ. Okay, aber sie haben es gewonnen. Ja, dementsprechend kann man das schon irgendwo zurecht liegen, dass das Match jetzt passiert. Wie gesagt, ich wundere mich ein bisschen, dass man es so schnell macht. Ich glaube, der Werner ein bisschen Aufbau hätte da nicht geschadet. Aber es ist ja noch nicht alle Tage Abend. Man macht es jetzt halt und es ist ein typisches Street Profits-Usos-Match. Das, was man erwartet. Es gibt natürlich relativ schnell den ersten Spot von Montes Ford nach außen, beziehungsweise den Uso-Dive und dann geht man ein paar Mal in die Werbung. Und es gibt am Ende auch den richtigen Montes Ford-Spot, der raus und springt alles ab. Und dann geht es wieder in die Werbung. Das bringt alles so ein bisschen raus. So viel kann man über das Match gar nicht sagen. Außer, dass dann irgendwann Roman Reigns sich doch irgendwie getriggert fühlte, rauszukommen und wir dann erstmal wieder Werbung machen. Natürlich machen wir Werbung. Ich glaube, wir haben wieder zwei Moves gemacht und dann kamen wir wieder Werbung. Ach, lass mal die Werbung und das Match. Ja, war ganz gut. Aber also hier würde ich sogar tatsächlich sagen, dass man da die Matches zwar schon nimmt und als Rematches nimmt, aber dass man sich da klar zurückhält. Also wir hatten letzte Woche dieses DQ-Match. Das ging ja auch nicht lange. Das waren drei, vier Moves, dann war das durch. Das zählt nicht als Match. Heute war es ein bisschen länger. Man hat mehr gesehen, aber wir haben wieder dieses DQ. Also das würde ich nehmen. Wenn man jetzt ein großes Match bei Extreme Rules oder wann auch immer aufbaut und das ist dann das große Usus gegen Profits Match und ich glaube, das kann ein richtiger Burner werden. Ja, weil das sind wirklich zwei Tag Teams, die habe ich noch nicht zusammen gesehen so oft und das kann ein neuer Klassiker werden. Wenn sie das richtig gut hinkriegen, ja, gerne. Deswegen würde ich denen das verzeihen. Dass Roman Reigns jetzt kommt, ist insofern interessant, als er ja lange, lange seinen Usus nicht zugeguckt hat. Das war denen ja immer relativ egal, was da passiert ist. Und jetzt neuerdings, also er hat sich für Paul Heyman eingesetzt und jetzt ist er für seine Usus da. Ja, absolut. Und das Match war auch für das, was es war, für ein TV-Match, wirklich ansehbar. Also wenn nicht gerade Werbung war, dann hat man vor allen Dingen auch die Street Profits gesehen. Man hat die gut dargestellt als Contender. Die haben schon einige Nearfalls gehabt. Also man hat schon gezeigt, die können die Usus schlagen. Und andersrum hat man aber auch nicht auf 50-50 verzichtet an der Stelle. Das ist aber dann auch okay, weil wie gesagt, wir sind mitten im Aufbau der Fähne. Deswegen hat es mich ja auch gewundert, dass man das Match jetzt so macht. Es gab immer wieder das Teasen eines Titelwechsels und das hat eigentlich schon Spaß gemacht. Es gibt aber andersrum auch bei Super Smackdown, Super Kicks, Super Frog Splash und Super Pins. Die reichen aber auch nicht. Die reichen auch nicht für die Usus. Also man hat es in beide Richtungen gar nicht so schlecht aussehen lassen. Also es hat schon unterhalten, das Match. Es gibt auch dieses Awesome Chance. Und der Kommentar sagt dann, ja, es ist awesome, aber nur für einen nicht. Das ist nämlich der Paul Heyman. Das ist richtig. Obwohl er ja eigentlich in seine Geburtstag rei gefeuert hat. Jetzt habe ich es ja erzählt. Interessant war halt, dass Dawkins aus einem Usus-Splash auskicken kann. Das fand ich ganz interessant. Also gerade Dawkins, also das war der Moment, wo das Match eigentlich zu Ende sein sollte. Titelverteidigung gut ist. Hat man zum Glück nicht gemacht. Weil, wie gesagt, dieses Match möchte ich sehen. Und zwar auf einer guten, großen Bühne. Ja, und dann hat sich aber dann dieser böse, böse Roman Reigns doch irgendwann genötigt gefühlt. Jetzt muss ich eingreifen, weil eben die Street Profits ganz, ganz kurz vor dem Sieg standen. Und jetzt hilft er nicht nur Heyman heute, sondern er hilft auch seinen Usus. Es gibt diese DQ eben. Damit steht es jetzt 2-0 für die Street Profits, muss man auch mal sagen. Ja, und dann gibt es diese Guillotine an Ford. Und ich sage es euch, liebe Leute, genau deshalb acknowledge ich den Mann. Ja, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass der mich in diese Guillotine nimmt. Das sah schon sehr übel aus. Und ich will auch nicht mit meinem Kopf generell in den Achselhöhlen von so einem Roman Reigns sein. Also davon mal abgesehen. Aber es tut auch weh. Generell Menschen, ja. Aber in dem Fall tut es nochmal extra weh. Ja, du sagst es, es kommt zu der DQ. Aber es war, wie gesagt, auch kurz davor. Also sind wir ehrlich, es gab diesen Frog Splash von Montez Ford, den er sonst immer sehr hoch springt, den er jetzt inzwischen mit dieser getretenen Variante macht. Das haben wir letzte Woche schon gesehen. Der geht durch. Also sind wir ehrlich, normalerweise wäre das der Titelwechsel gewesen. Und das triggert dann Roman Reigns. Der steht halt die ganze Zeit da. Dann doch im Endeffekt einzugreifen und den Save für die Usus zu machen. Aber wie gesagt, das macht er direkt mit der Guillotine, die er direkt ansetzt. Und die zieht halt mal volles Programm durch. Also das war schon interessant. Ford verkauft es natürlich auch gut. Aber der hat dann einfach mal klar gemacht. Hier, pass mal auf, Freunde. Also von wegen, der Reigns kümmert sich nicht um die Usus. Ist das egal? Nee, nee, nee. Also das habe ich hier nicht gesehen. Ich habe hier ganz klar gesehen, dass der Roman Reigns dann schon weiß, was für mich hier ist. Und da hat er schon, ja, nichts zum Leidwesen eingegriffen. Das war bitter notwendig. So kann man es auch ausdrücken. Und der versucht auch gar nicht, irgendwie so sneaky einzugreifen oder den Ref abzulenken oder irgendwas. Der geht einfach rein, macht ein Guillotine-Thema durch, Titel verteidigt. Mehr brauchst du noch nicht. Ja, knallhart durchgezogen, die Nummer. Und wie gesagt, das war aber noch ein, ja, ich weiß nicht, wie lange ging das? 10 Minuten? 20, 12 Minuten? Sowas im Dreh. Würde ich jetzt vom Gefühl her sagen, ohne die genauen Zahlen dazu haben gerade. Aber das war unterhaltsam. Ist okay. Wrestling ist schon ein Main Event. Moment, ich weiß, du magst es nicht, aber ist es am Ende. Diesmal nehme ich das auch so. Im Main Event, ja. Ja, dementsprechend ist es okay. Aber es war natürlich noch nicht aller Tage Abend. Denn wir wissen ja inzwischen, dass er heute noch live beantworten möchte, was denn jetzt mit Brock Lesnar passiert. Und ob er die Challenge annimmt von Brock Lesnar. Und er nimmt das Mikrofon, nachdem er ihn ausgestockt hat, dem Montes Ford, und sagt, naja, wenn Brock es will, kriegt er es. Aber da hat er die Rechnung ohne einen gewissen Finn Balor gemacht. Was war denn da los? Es wurde rot in der Halle. Es ging das Licht wieder aus. Also irgendwas haben die mit Lampen da bei SmackDown. Da haben sie rote Lampen, wenn die ja nicht blau sein müssen. Ja, der Finn Balor, der hat ja ein alter Ego. Das haben wir jetzt ewig lange nicht mehr gesehen. Ich habe es kurz nachgeguckt. Das war gegen Andrade. War das letzte Mal vor rund zwei Jahren oder so. Davor war das Lashley-Match. Ich glaube, das ist richtig. Und jetzt kommt auf einmal der Demon wieder. Der Demon Finn Balor bei Super SmackDown. Und wir wissen alle, der Demon, der ist unbesiegt. Und das ist ja eine schöne Geschichte gewesen eigentlich. Man hat das ja letzte Woche gar nicht so breit gedreht. Es hat ja letzte Woche dieses Licht geflackert. Und das war jetzt offensichtlich wirklich der Demon. Es war nicht Brock Lesnar. Brock Lesnar kommt an der Stelle auch nicht nochmal raus. Das finde ich super interessant, was man da gerade tut. Denn wir wissen, das Match Finn Balor gegen Roman Reigns ist angekündigt für Extremos. Aber Brock Lesnar hat jetzt auch die Challenge. Und indirekt hat ja Roman Reigns es angenommen. Aber er hat natürlich nicht gesagt, für wann. Das ist jetzt so ein Thema. Da kann man viel machen mit. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Der Demon, wie gesagt, unbesiegt. Also opfert ihn jetzt bei Extremos, kann ich mir nicht vorstellen. Was ich mir aber vorstellen kann ist, dass Finn Balor dieses Match wieder einfach nicht bekommt. Weil Brock Lesnar parat steht. Könnte passieren, dass man dann so eine andere Blockstory macht. Passt jetzt eigentlich nicht mehr, seitdem der Demon da ist, ehrlich gesagt. Also wenn man das für einen Balor nochmal wegnimmt, genauso wie Cena ihm das weggenommen hat, dann könnte man eine Story machen. Wenn er dann am Ende auch Champion wird, dann wäre es in Ordnung. Wenn nicht, dann ist es doof. Und mit dem Demon, es ist spannend. Es ist wirklich spannend, in welche Richtung das jetzt geht. Wann welches Match ist. Ich meine, dass es Lesnar gegen Reigns gibt, das ist ein offenes Geheimnis. Und Balor gegen Reigns offenbar auch. Aber wie die das jetzt hinbucken, das finde ich sehr interessant. Jetzt steht viel auf dem Spiel. Weil wenn der Demon jetzt verliert, dann ist Finn Balor auch wieder ganz schnell weg. Und das ist meine Befürchtung, dass man den jetzt so Kevin Owens, also dass man den dann auch einfach verlieren lässt und klanglos dann wieder rauszieht. Oder Cesaro oder so. Das ist meine Befürchtung. Aber wenn sie das hinkriegen, dass am Ende Finn Balor gestärkt auch rausgeht, vielleicht sogar als Champion, dann liebe ich es. Ja, das wird interessant. Also ich habe dir ja schon mal die These verraten, dass man einfach best for business, größeres Match ist natürlich Brock Lesnar. Wenn die Authority jetzt entscheidet, oh, sorry Finn, vielleicht müssen wir das nochmal ändern. Dann macht es sogar Sinn, warum man das Match so kurzfristig vor SmackDown einfach ankündigt, ohne nochmal eine Story zu haben dazu. Absolut, aber eben nicht beim Demon. Das sagt man ja dem Demon nicht. Das passt ja jetzt nicht mehr. Die wussten ja nicht, dass der Demon kommt heute. Also das wusste man ja vorher nicht. Also ich sehe das schon, also so sehr ich das erst kritisiert habe, so im Vorfeld, warum man das Match jetzt einfach bei Twitter ankündigt, ohne eine Story nochmal zu erklären in der Show, könnte es dann wieder Sinn machen. Und ich sehe ja wirklich, ich sehe ja Long-Term-Booking. Also Finn Balor ist jetzt einmal um ein Titelmatch gebracht worden, ohne dass er verlieren musste. Ja, das muss man ja auch sagen. Dann hat er das Titelmatch gehabt, dann verliert er. Unfair, so holt den Titel halt nicht. Was heißt unfair, aber er hat halt nicht gekommen. Will jetzt seinen Rematch, kriegt das auch und dann ist aber Lesnar, der auch noch sein Match will. Lesnar interessiert sich übrigens nicht für Finn Balor. Das ist wieder das Interessante. Und Roman Reigns interessiert sich eigentlich für Brock Lesnar. Also da sind schon viele Handlungsstränge, die da gerade zusammenlaufen. Ich hoffe das Beste, wenn die das wirklich so booken, wie du es gerade angerissen hast. Das ist eben das Match bei Extreme, wo es jetzt nicht gibt, sondern vielleicht doch Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Und am Ende, ja, kriegen wir gleich bei der Survivor Series den großen Pay-Off mit den Demon. Das wäre natürlich nicht ganz schlecht. Also das würde ich schon feiern. Und dann hast du noch Big E und dann hast du noch Seth Rollins. Das kann noch ganz, ganz heißer Winter werden. Ja, also um es auf den Punkt zu bringen, das war eine sehr, 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 sehr gute und unterhaltsame Smackdown-Episode. Also der Zusatz, den man hat heute wegfallen lassen, super Smackdown, hat es wirklich verdient. Also das war eine der besten TV-Weeklies, die ich seit längerer Zeit gesehen habe bei WWE. Das kann ich so unterschreiben. Und damit sind wir beim Fazit, mein Lieber. Ich weiß, das ist immer so eine schwierige Aussage. Ist jetzt die beste seit Start der Pandemie oder nicht? Da kann man drüber diskutieren. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich war bestens unterhalten. Wir hatten eine fantastische Crowd in New York. Der Madison Square Garden hat geliefert. Aber auch WWE hat natürlich, und ich sage es mal ganz salopp, auf die Kacke gehauen an diesem Freitag. Ist das eine Reaktion auf andere Promotions? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war einfach ein bisschen flexen. Hey, wir können, wenn wir wollen. Und das zeigt man ja bei Smackdown des Öfteren, aber diesmal war es noch mal eine ganze Schippe drüber. Gerade das Segment am Anfang und die Story am Ende mit den Demon. Da ist viel, viel Spekulation da. Und das ist genau das, was die letzten Monate immer gefehlt hat. Wir wissen zwei Wochen vor dem Paperview noch nicht, was passiert. Und das, finde ich, ist genau dieser Funken, der immer fehlte in den letzten Monaten. Und ich glaube auch nicht, dass das ist, weil die es einfach vergessen haben und dann einfach das reinwuchst. Sondern ich glaube, da ist jetzt schon irgendwie eine Story dahinter und Ideen dahinter. Und das gefällt mir. Also gerade bei Smackdown gefällt mir das. Und das war eine außerordentliche Folge. Smackdown, das muss man mal sagen. Beste seit wann und keine Ahnung. Das ist immer das ganze Video schon. Das kann man nicht so sagen. Ich erinnere mich an das Smackdown Reigns gegen Daniel Bryan. Das war auch ein sehr, sehr gutes Smackdown. Also in diese Riege geht das rein. Absolut überzeugende Ausgabe. Hat mir gefallen. Trotzdem, es geht ein Volltrottel raus, Flöter. Der Volltrottel der Woche. Ja, er hat Geburtstag. Ja, da feiern wir ihn. Da können wir auch noch mal singen, wenn du das möchtest. Aber du singst ja nicht so gern, obwohl wir haben auch schon gesungen. Paul Heyman. Ja, also der steht also wirklich, der hat heute gerade noch mal so überlebt. Sagen wir mal so. Das hat alles nicht geklappt bei ihm. Und vielleicht ist er komplett unschuldig. Vielleicht hat er wirklich nichts gemacht und Brock Lesnar spielt nur mit ihm, indem er da diese Gerüchte streut. Das ist ein Volltrottel. Das zeigt aber auch, wie wenig Volltrottel es gab. Also Becky Lynch hätte man noch nehmen können. Auch vielleicht ein bisschen unfair. Aber ansonsten sticht da keiner hervor. Es war eine überragende Folge. Ja, es hat Spaß gemacht. Und die goldene Matte, Herr Flöter? Die goldene Matte. Ja, die könnte jetzt natürlich an Roman Reigns gehen, geht sie aber nicht. Die geht an den Madison Square Garden. Ganz einfach. Diese Arena. Ich weiß nicht, was es ist. Die Crowd war hot. Dieser Madison Square Garden. Immer wenn da eine Show ist, dann geht diese Show, dieser Garden ist immer Teil der Show. Das ist WWE-Geschichte. Da ist WrestleMania-Geschichte geschrieben worden. Und irgendwas hat diese Arena. Diese Show war überzeugend. Und deswegen Madison Square Garden, ganz klar. Die goldene Matte. Was kann man noch sagen? Big E kam am Ende gar nicht mehr. Das fand ich auch ganz gut. Man hat es einfach geteased, aber dann auch nicht mehr weiter genervt damit. Das fand ich auch super. Kritikpunkt habe ich noch. Happy Corbin war nicht da. Der Mann trägt Smackdown. Ich freue mich jedes Mal auf Happy Corbin. Der ist an der Wall Street. Der macht gerade Gewinne. Ja, genau. Das ist die Theorie. Der ist gerade an der Wall Street. Der kann einfach nicht. Da blingst, bling, bling. Der kauft gerade Facebook. Deswegen war der beschäftigt. Nehme ich. Aber ansonsten muss der dabei sein. Was vielleicht ganz interessant ist, so als Schlussfazit. Diese Folge war echt gut. Und wir haben wenig Sarkasmus heute. Wir haben relativ, wir bemühen uns ja immer, dass wir ein bisschen lustig noch sind. Und im Livestream, werdet ihr dabei, da haben wir natürlich auch sehr, sehr viel gelacht. Aber wir haben heute eine relativ nüchterne, neutrale, wrestlerische Review gemacht, wann einfach die Show das hergegeben hat. Wenn die WWE uns keinen Quatsch liefert, wie bei Raw meistens, dann machen wir auch weniger Sarkasmus und reden über Wrestling. Ja, das passiert. Und Leute, ist es offensichtlich passiert. Finde ich auch mal ganz cool irgendwie. Ja, absolut sehe ich. Auch so unterschreibe ich auch komplett so. Also, wie gesagt, ich glaube, das Fazit für die Show, hast du alles gesagt, was man sagen muss. Ich möchte aber trotzdem noch mal den Gedankengang von ganz am Anfang reinbringen. Was ist eigentlich, wenn Brock Lesnar, Roman Reigns und Paul Heyman eigentlich eine gemeinsame Sache machen? Also fände ich ultra interessant. Ja, aus dieser Geschichte, da sind viele Spekulationsräume, die sich da aufgetan haben in den letzten Wochen. Das macht einfach Spaß zu gucken. Ja, so langweilig und belanglos Raw manchmal daherkommt, so gut ist aktuell SmackDown. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass das nicht One Night Only war und ich bin auch sehr fest davon aus, weil die Storys sind einfach zu gut. Gerade im Made Event, klar, das sagen wir länger schon, aber ich finde, das ist ja noch ein Tacken besser wie die Geschichte mit Edge und Brian Danielson oder Daniel Bryan. Das finde ich noch mal einen Tacken drüber, deswegen geht hier auch eine bessere Bewertung raus an der Stelle. Auch wenn das gute Shows waren, da bin ich bei dir. Da sehe ich hier ein bisschen mehr Potenzial für die Zukunft und wir sehen vor allen Dingen endlich wieder Long-Term Booking. Also noch mehr als ohnehin schon um Roman Reigns, aber eben auch ein paar andere Sachen wie die Street Profits und Usos. Das macht alles wieder Spaß zu gucken. Edge und Roadies hatten einen guten Abschluss gefunden. Das war übrigens dieser Follow-Up, wo wir ein bisschen drüber spekuliert haben bei der Review auf den Summerslam. Was haben die danach vor? Das hat man gut gelöst. Also ich bin da sehr zufrieden. Ich blicke da wirklich mit Vorfreude drauf, was nächste Woche wieder passiert. Wir haben nach zwei Wochen ein bisschen ein Pay-Per-View. Jetzt wird es dann wirklich Zeit. Wir brauchen noch ein paar Matches. Also Freunde, gewöhnt euch nicht dran. Ich weiß nicht, wie lange WWE das wieder so macht, aber es gefällt mir deutlich besser, wie nach einem Pay-Per-View rauskommen und sagen, ach, nächstes Mal machen wir das und das und dann ist das der Aufbau. Das ist schon sehr, sehr okay. Es ist ein sehr gutes Okay. Es ist mehr als okay. Es ist ein sehr gut. Also diese Show kriegt eine glatte Eins. Kann man nicht anders sagen. Hat gefallen. Punkt. Punkt. Ein Super. 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 Down, mein Lieber. Wir sind durch. Ja, ihr kennt das Spiel. Jetzt kommen wir noch Tisen. Ihr macht natürlich Daumen nach oben. Ihr gebt Kommentare, abschreibt drunter, wie euch das gefallen hat. Was ihr vor allem auch denkt, was jetzt im Title-Picture passieren könnte, gibt es wirklich vielleicht die Kombo Reigns und Heyman und Lesnar. Also das wäre schon ein Monster-Team, muss man schon mal sagen, was das zu Ende bringen würde. Aber da ist schon viel da und auch die Geschichte mit dem Demon. Ich glaube nicht, dass man den Demon jetzt verlieren lässt. Das würde keinen Sinn machen. Also da wird man sich hoffentlich was bei gedacht haben und ich traue dir das zu. Also ich sehe da deutliche Steigerungen in den letzten Wochen, gerade bei SmackDown eben und dementsprechend. Bin ich an der Stelle mit sehr zufriedenen Worten raus. Ich sage GC und gebe dir das weiter. Good catch. Sag ich an der Stelle, jetzt bist du dran. Tschö mit OE. Mit OÖ. Ach, du weißt, was ich meine. Mein Gott. Ich bin raus. Ich bin auch müde. Es ist sechs Uhr irgendwas. Jetzt bist du dran. Hau raus. Muss auch mal reichen. Kennst du doch mittlerweile. Jetzt hast du GC gemacht. Da haben wir eigentlich letzte Woche GB gemacht. Das haben wir glaube ich vergessen. Ich bin wieder mit GD. Guten Tag. Wir machen bei Raw machen wir GD. So, mit den Kommentaren. Da sprichst du was an. Das ist mir gerade. Wir können mal wieder mehr Kommentare machen. Wir haben das ja einmal bei Raw gemacht. Das war ein bisschen Quatsch. Da war vielleicht auch ein bisschen Schummel dabei. Gebe ich zu. Schreibt uns doch gerne mal eure Meinung. Einfach zu der Show, zu uns generell, zu SmackDown, zu Welt, zu allem, dass wir auch mit euch reden können. Ihr seht das ja, wie wir dann, also der Flöter und ich, da immer viel schreiben und kommentieren. Also wenn ihr wirklich Bock habt, mit uns direkt zu schreiben, also mir könnt ihr eine Mail schreiben, Flöter auf Twitter. Aber schreibt es in die Kommentare. Wir antworten da. Ihr merkt das. Wir würden gerne mit euch reden. Macht das mal. Ruhig auch bei diesem SmackDown. Haut das mal raus. Was können wir noch tippen? Also diesen Tipp, der Herr, wie ist der? Bredanovich. Bredanovich. Der hat seine Botschaft jetzt gemacht. Ihr tippt natürlich bei Extreme Rules. Dann könnt ihr auch eure Botschaft machen als Spieltassieger. Das macht ihr dann. Ja, da waren natürlich weise Worte dabei. Das kann man schon mal sagen. Der ist ja jetzt auch mit dem Tobi im Quiz gewesen. Heute die Folge guckt ihr euch auch nochmal an. Das erste Halbfinale in unserem Spotfight Sommerquiz. Ganz wichtig. Team TJT ist dabei. Tobi gegen den Alex Petranovski. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Spannend auf alle Fälle. Das Duell der beiden. Guckt ihr euch an. Habe ich jetzt geteased. Nächste Woche ist Shaggy gegen Peer. Nochmal da ist dann das NXT Halbfinale. Nächsten Zweite. Habe ich das auch noch gesagt. So, und was ich jetzt noch sagen wollte als allerletztes. Wir hatten jetzt den ganz großen Teaser. Der Herr Bedranowski hat gesagt, du musst singen. Bitte singen. Er hat dich angepflegt quasi. Und ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Ich sage, am Montag bei Raw beziehungsweise Dienstag, dem Review, am Dienstag singt Herr Flöter Naya Jax. Jetzt ist es offiziell. Ich habe es gesagt und sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.